Jo Leute, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Minecraft Skywars auf dem gommahd.net-server und mit dabei ist wieder... Der Obertürke! Warum Türke? Kleine XLP, ja, keine Ahnung. Alles klar. Hahaha! So, warte. Hab ich ein bisschen verletzt? Ah, nee! Scheiße, hast du TNT? Ah, nee! Warst du schon hier unten? Äh, nee. Nee, lass mir! Bitte! Ja, ich kann ja auf jeden Fall was lassen, wenn ich mich in Christ hast. Da ist doch Rüstung drin, du hast die Rüstung da einfach nie gelassen. Geil. Schöne Rüstung. Ja, die hast du oben liegen gelassen, in der Truhe. Alles klar, wir haben einfach mal kein TNT, was um jetzt machen. Auf jeden Fall keine fehlt. Ich kann dir was schenken. Ja komm, ich schenke dir was. Ja, ich schenke dir was. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Okay, ich komme mit den Blöcken. Ich habe immer gute Schwere. Was? Auf jeden Fall, diese hesslichen. Ich hab' noch Blöcke, brauchst du? Ich hab' auch noch, also halt. Ich hab' gerade einfach mit der Hand, ich wollte gerade mit der Hand bauen. Du musst nur aufpassen, lass' mal an den Baum gehen. Komm' einfach drauf da. Ja, die sind schon weg. Ja, Leute, Armada Kui. Einfach drauf da. Alter, der hat sich einfach runtergepackt. Ich bin dauernd. Drei Schläge. Hier. Ich hab' ihn down. Ja, warte, ich guck dir zu. So. Ich hab' seine Quirp. Nice. Fettig. Warte, 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 ich muss gucken. Ich muss gucken. Oh, oh, it's, oh. Oh, Juma. Das wird. Alter. Oh, ich hab' so viel Scheiße. Du bist Baba, Alter. Jetzt, jetzt, jetzt hast du, jetzt, jetzt bist du Baba. Super, Alter, ich kann nicht sagen, gut, oder? Nein! Kannst du mal, okay, so. Ah, okay, jetzt geht's. Ich muss jetzt mal den ganzen Scheiß hier wegwerfen. Oh. Oh, den ganzen Scheiß. Ich brauch' den ganzen Scheiß nicht. Kack nicht so viel. TNT könnt' ich noch gebrauchen. Armbossen brauch' ich nicht. Hey! Das ist meine Armbosse gewesen. So, essen muss essen. Das hab' ich ja noch. Leg' auf mich schon wieder rumlecken. Wird so nö. Ich hab' so viele Diaschwerter, so viele hatte' ich noch nicht. Alter, ich renge grad' so richtig rum, Alter. Neee. Du bist ja schon tot. So. Ja, aber trotzdem, würde ich nicht fliegen, oder? Hast du mir noch müssen zugucken? Ist da jemand auf der Insel? Äh, warte, ich muss mal gucken. Nee. Ich geh' keinen. Soll ich mal TNT-Wust ausprobieren? Hast du TNT? Ja. Ja, mach, 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 mach. Mach ich. Hast du, aber du brauchst ja irgendeinen Eimer oder so, oder? Oder hast du genug Nerzen? Probier es in die Mitte. Wenn du das schaffst. Ja, ich bin nicht Emelie, Alter. Ja, da hast du echt Emelie. Warte mal, wie machen wir das? Mach mal so'n kleineren. Ja, nicht so, nicht so, nicht so. Ein, hinten, weg. Bin weg. Ja, aber Bau ist so, warte. Bau, ähm, warte. Nein, ja, bist du dumm? Nicht so. Genau da, wo du grad... Nein! Nein! Hahaha! Nein! Hahaha! 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 Nein! So, alles klar, Leute. Die Folge ist vorbei. Ja, ciao! Viel Spaß! Ich würd' sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis gleich! Ja, aber... Check! Yo, dann sind wir wieder mit einer neuen Runde. Alles klar, ich will meinen Computer nicht neu starten. So, warte. Äh, ich will... Nein, nicht in die Mitte. So blöd bin ich auch nicht. Warte, ich geh da einfach hoch aufs Dach. Alles klar. Und mach halt also oben am Schiff. Das mach ich dann jetzt da oben, Alter, warte. Alles gleich kann mein... Doch, erst. So, warte. Sorry für die kleine Unterbrechung. Baust du dich hin? Machst du jetzt nen Push oder nicht? Ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt. Wo boostest du dich hin? Guck mal, guck mal her, wo ich bin. Hahaha! Alter, nicht von mir in der Nähe! Hahaha! Warte. Ich geh jetzt in die Mitte. Hahaha! Nein! Nein, 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 nein! Ciao Leute! Juuu! Oh oh! Bist du tot? Ich geh... Was soll ich machen? Ich versuch halt einfach mal in die Mitte um was zu checken. Und ich frag mal. Ich könnte doch versuchen den Abzug. Ich hab dir an der Perle vorbei gehämmelt. Ich bin so dumm, ey. Ganz ehrlich. Ich würd sagen. Eine Runde machen wir noch. Dann bis gleich. Jo Leute, da sind wir wieder in der neuen Runde Skywars. Gucken. 5 TNT auf jeden Fall. Lass mir das Equip. Ja, ich hab das Equip. Das ist gut. Ich hab Eisen und das. Ich hab 5 TNT. Wollen wir einen TNT? Nein, ich hab dir Schuhe und ich hab noch einen dazu. Wollen wir zusammen TNT versuchen? Wie viel TNT hast du? Wollen wir? Wie viel hast du? 5. Das geht sich aus, glaub ich. Warte, warte. Ich muss mal gegen den Eidenschaften mitmachen. Ah, ich mach uns mal 2 Diaschwerter. So, warte. Ja, warte. Oh, da ist jemand bei uns. Ah, ja. Okay, ich bin tot. Ich hab einen. Ich bin aber noch tot. Ja, okay. So Leute. Warte, darf ich dir auch noch was machen? Ich würd sagen, das war's für die Folge auf jeden Fall. Ja, für diese Folge. Wenn's euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein Abo da. Schaut auf jeden Fall auch mal beim Silex LP vorbei. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.